Da kann ich aber nix für. Geh ich nochmal runter und hol mir nochmal ne Geisterladung. Äh. Ikit. Ich mein, ist das nur Schleim? Das sieht wirklich aus wie Pech. Warte mal, da oben gibt's auch was. Und da unten gibt's noch ein paar Blümchen. Ikit, ikit, ikit. Aber sonst sehe ich jetzt hier nichts. Äh. Das ist so eklig. Das muss ich hier die ganze Zeit mit so nem ne, 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 na gut. Hoffentlich krieg ich bald nochmal ein bisschen Wasser. Ui, ui, ui. Nein. Oh. Äh. Soviel zum Thema angenehm und entspannt. Ich mein, das scheint dem, scheint unserem Kapper jetzt nichts auszumachen, aber trotzdem würde ich jetzt nicht unbedingt ein Bad da reinnehmen. Och ne, jetzt ist das runtergefallen. Ich bin runtergefallen und jetzt ist das so. Och ne, komm schon, ernsthaft. Das hätte nicht sein gemusst. Das ist ein bisschen ärgern. Bin ich da irgendwie anders dahin? Na gut, mach ich's einfach so. Okay, wir wurden hierhin teleportet. Die Frage ist Das bedeutet, wir brauchen wieder Blümchen. Gibt's hier in der Nähe welche? Ja, ich wusste's. Wie geht, wie geht. Das ist ja eklig. Ich mein, hat schon was. Unten, unterhalb schwarz und oben Dun- äh, Dingsbums. Mal was gucken. Na ja, das hat auch was. Ich mein, klar natürlich, aber es ist trotzdem immer noch irgendwas ekliges. Hallo, warum? Warum ist das so komisch? Kann doch nicht sein. Okay, das ist, das ist weird. Das ist wirklich weird. Wo ist das so ein ekelhafter Abschusswinkel? Oh, das hat gerade so geklappt. Okay, und er hat jetzt was gemacht. Was ist jetzt die Frage? Was hat das jetzt bewirkt? Das hat man nämlich jetzt leider nicht gesehen. Ah, das hat jetzt bewirkt, dass das anbleibt. Okay, ich verstehe. Okay, ja, bleibt uns. Boah, hier sauber bleiben ist ja unmöglich. Och, nee. Nee, 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 nee. So, das müssen wir drehen. Nee, ich glaube nicht. Okay. Das ist komisch. Vor allem habe ich so das Gefühl, dass diese Rätsel voll, äh, ein bisschen willkürlich sind. Okay, das passt. Was passt denn hier dazu? Das ist der Fuchs. Das könnte passen. Das könnte passen. Was haben wir hier? Nein. Die Menschen bauen. Der Fuchs macht das. Okay. So, nimm auch gleich das mit. Okay, die Frage ist nur, wo bringen wir das Stöckchen hin? Ja, da müssen wir durch. Leider. Yo. Ist klar. Na, wir müssen zum Vulkan. Na, wie der schnuppert. Trotzdem hoffe ich. Ah, da unten. Nein. Ach, nö. Ach, nö. Nö, nö, nö. Oh, okay. Der ist echt asozial versteckt. Der ist richtig assi. Soll ich denn da hin? Also, doch schon, aber... Ach, komm schon. Ach, komm schon. Nö, na ja. Bitteschön. So, die Frage ist, wie komme ich da wieder hoch? Wie komme ich da wieder hoch? Ja, wir machen mal hier durch. So, jetzt erstmal wieder sauber machen. So, sieht das doch schon wesentlich besser aus. Kann ich das irgendwie sauber? Kann ich das irgendwie bereinigen? Hier fängt nämlich wieder das rote Zeug an. Das gefällt mir nicht so. So, jetzt steigt das Wasser. Jawohl. Das ist doch super. Jetzt will ich mir nochmal irgendwo gucken, ich muss nochmal gucken, dass ich mir irgendwo nochmal hier so eine... Hier da hinten sind Blümchen. Die Frage ist nur, wie komme ich da hin? Von da. Okay. Weil mit dem Geisterdash bist du diesbezüglich wesentlich schneller unterwegs. Super. Supi. So. Ja, zwei Stunden. Das ist okay. So, was haben wir hier? Berge mit Sporen. Das ist nichts für den Fuchs. Das ist was dafür. Und die Menschen freuen sich über den Fuchs. Und das sind die Menschen, die bauen. Okay. Super. Na, läuft doch. Das läuft. So, und trotzdem würde ich gerne nochmal gucken, ob ich hier nicht noch irgendwas vergessen habe. Man merkt richtig, dass ich Freude an dem Spiel habe. Ohne jetzt. Okay, da ist die Frage, wie komme ich da hin? Na gut, da komme ich noch nicht hin. Oder? Nein. Ich will auf jeden Fall dieses Gemälde nochmal ersäubern. Und die Frage ist nur, wie komme ich da hin? Erstmal das weg. Ah, jetzt weiß ich, wie ich da hinkomme. Super. Super. Wunderbar. Oh, und dem Kleinen geht es gut. Der ist wieder sauber. Ein bisschen sauberes Wasser, dann passt das schon. Genügsam unser Kapper. Ja, das muss sein. Feldpflege muss sein. Feld muss man trocken machen. Warte mal. Moment mal. Hier war noch was. Ja, hier war noch was. Deswegen bin ich zurück. Supi. So, ähm. Okay, das geht dann wieder auf. Ich verstehe. Dafür brauche ich meinen Geist. Warum muss das immer noch? Das ist jetzt nicht so schön. Das Ganze hin und her zieht sich einfach so ein bisschen in die Länge. So ein bisschen, gefühlt, ein bisschen künstlich. Aber es kann natürlich auch sein, dass ich einfach irgendwo was vergesse und nicht weiß, wo man... na, wie heißt es, wo man diese Blumen noch näher findet. Also mit dem Geisterdech geht natürlich alles wesentlich schneller. Na, da wollte ich eigentlich nicht hin. Gehen wollte ich. So, Kappa, das machst du fein. Das ist eigentlich so ein bisschen vergebene Mühe. Hätte ich vielleicht warten sollen. Genau, hätte ich warten sollen, bis das aufgeht. So, der ist schon mal hin und der ist schon mal weg. Das ist gut. Das ist gut. So, jetzt aber schnell raus hier. Wollen ja nicht dass da was passiert. So, die Frage ist, wo kriege ich jetzt die nächste Blume her? Ja, ich habe gut, Hundi, äh, Fuchsi, Kappa, hm? Kann ich hier rein? Nein, kann ich nicht. Ich will jetzt die ganze, den ganzen Weg da nicht zurückschwimmen. Dann muss es irgendwo was anderes geben. Ich weiß, was ich hier machen muss. Nur die Frage, bringt das was? Warum kann ich da nicht drüber springen? I say nothing. Aber irgendwann komme ich jetzt an diese Blumen. So, ist jetzt nur die Frage, muss ich da hoch oder muss ich, ja, das sieht hier schon so richtig wichtig aus. Wunderbar, super. Weg mit dem ekligen Teer oder Pech oder was weiß ich, was das ist. So, der Wasserpegel steigt wieder ein bisschen. Kappa, das machst du super. Du bist ein toller Fuchs. So, jetzt will ich hier noch mal ein paar Blümchen sammeln. So, Blume berühren, habe ich den wieder. Supi. Oha. Jetzt werden wir wieder durch die Luft geschleudert. Och, Kappa, was machen die bloß mit dir? Dann bist du hier derjenige, der das Leben aufräumt. Und dann sowas. Wow, 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 wow. Ganz sachte. Sollte ich das? Ich weiß es nicht. Doch, ich glaube, von hier nach da oben hätte ich hochgesollt. Okay. Nächste Frage ist... Warte mal. Ich muss mal ganz kurz was überlegen. Hätte ich vielleicht von da nach da und dann hier hoch und hier hin und hast du nicht gesehen, aber egal, ich habe es auch so hingekriegt, oder? Bin mir nicht ganz sicher. Aber na gut, ich will mich mal nicht beschweren. Sieht so aus, es käme ich von da oben. Nee, kam ich nicht. Ich möchte da nicht hin. Ich möchte da wirklich nicht hin. Ah. Ich geht. Ich geht. nach. Lass mich mal ganz kurz überlegen, wenn ich von da nach da oder von da rüber. Darüber schaffe ich das nicht. Aber von hier. So. Das war wieder klar, dass so ein Mist kommt. Nee, ich habe es nur das Gefühl, dass müsste ich da irgendwas machen. Nein. Auch nicht. Aber anders da. Noch. Toll. Na gut, wenigstens kann ich hier rüber springen. So. Lass mich mal ganz kurz überlegen. Ähm. Ich habe auch keine Zeit, mich umzugucken. Ist wirklich so. Also nicht richtig. Finde ich ein bisschen schade. Okay. Wieso muss ich da jetzt X drücken? Okay. Das ist mies. Wenn das jetzt immer weiter geht und es darauf aus ist, dass man die Fähigkeiten spamt, das ist nicht cool. Schaffe ich nicht. Das haben sie zu knapp gemacht. Dafür geht das Aufladen, dauert das Aufladen zu lange. Zu lange. Ist nicht okay. schon habe ich es vergeigt. Also wenn das jetzt so, wenn es jetzt so weiter anfängt, dann, ich weiß nicht. Ja, schaffst du nicht. Sobald ein Mikrofehler, auch nicht. Das ist gemein. Das hat so schön angefangen. Und dann, ähm, dann lieber komplexer. Dann wirklich lieber komplexer. Dann vielleicht ein bisschen fest. Was war denn das jetzt? Okay, es hat irgendwie geklappt, glaube ich. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Aber das war irgendwie auch nicht korrekt. Es hat sich auch eher angefühlt, als wenn es Bug gewesen wäre. Okay, ich kann jetzt theoretisch hier durch. ist es soweit okay. Okay, es hat geklappt. Okay, das hätte ich gar nicht gemusst. Boah. Oh, die armen Menschen. Okay, da muss ich einfach mal, bevor, da muss ich einfach mal ein bisschen meinen Hirn anstrengen. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt gebracht hat. Ich komme da also wieder hoch. Okay, 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 okay. So, hier habe ich wieder ein Stückchen gefunden. Die Frage ist nur, wo lang damit? Na gut, wahrscheinlich irgendwie hier lang. Aber, ich habe so das Gefühl, dass es hier noch was gab. Glaube aber nicht. Okay, hier gab es nichts. Okay. Ich glaube auch nicht, dass es da unten im Schlamm was gibt. ein bisschen arg weit weg vom hier vielleicht. Nein. Aber hier in der Nähe. Oh, komm schon. Ist das wirklich so? Äh? Moment. Ich glaube, ich weiß, wo es ist. Die Frage ist, ob ich da hinkomme. Ne, so komme ich da nicht hin. Mal ganz kurz überlegen, wie ich da ein bisschen lang komme. Ich habe ein ganz komisches Gefühl. Ich habe nämlich das Gefühl, dass ich da irgendwie irgendwo hoch muss. Die Frage ist nur, wie? Da oben wahrscheinlich. Oder hier. Die Frage ist nur, wie komme ich da hoch? Da hoch muss ich sowieso über das Tor. Jo, die Frage ist, wie komme ich da rein? Hier lang? Okay, aber da lang, ja. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, ist ich echt hier durch. Nein, hier kann ich auch nicht durch. Okay. Na komm. So, jetzt bin ich hier oben. So, Bin aber immer noch nicht hoch genug. Gefühlt. super. 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 Supi. Bitte schön. Alles klar, wunderbar. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh.